Okay, wo fahr ich jetzt hin? Okay, das war noch gar nicht das Rennen, oder wie? Muss ich das jetzt erkennen? Oh! Relax, ey, das sag ich doch immer! Immer schön mit der Ruhe! Kommt man auch irgendwann an und dann passt das auch! Und wie gesagt, ich hoffe der Sound ist ein bisschen abgestimmt, weil... Und wie gesagt!